Das wäre voll dufte, wenn das funktionieren würde. So. Jetzt brummt mein Schädel gerade. So, Moment. Nee, kann ich nicht von innen machen. Verdammt. Aber wenn wir ja schon da oben sind, mache ich mal schnell da oben, das ist fertig. Jetzt bin ich schon wieder unten. Ach, komm, dann machen wir erst da unten, das ist fertig. So. Hier, da so, da so, da so, da so. Da so, da so, da so, da so, da so. Und dann da so. Und da so. Zack, 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 zack. Und dann da runter. Ach, was ne Arbeit. Aber was will man machen? Sieht halt einfach besser aus, weil sonst fehlt hier irgendwas, ne? So ein Stütz, eine Stütze, finde ich. Das sieht jetzt vertrauenserweckender aus. Vertrauenserweckender. Keine Ahnung. Avenger. Ah ja. So. Heute lau' ich echt nur Müll. Müll, 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 Müll. In den Müll, in den Müll, 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 Müll. So. Haben wir das auch. Müssen wir nur noch vorne machen. Aber vorne, geh mal dann eh. Da hab ich jetzt ja noch ein Special Edition vor. Da war ein Spezial, supergeiler, mega Hammer, auf den Titten, krassen, Spezialidee. Die kann nicht jeder. So. Da hab ich ja schon hier so, zack. So. Dann machen wir hier den Dachstuhl. Ein Dachstuhl. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Das ist jetzt Holzverschwendung. Ich weiß. Aber. Wat muss. Dat muss. Find ich jetzt richtig cool. Ist halt wie ein Dachboden. Find ich gar nicht so übel, mein Bübel. Haben wir das auch mal raus hier. Und dann befestigen wir den Kran nämlich da oben. Wir haben doch noch ein. Ja, da guck mal. Wir haben hier noch. Jede Menge. Haben wir ja produziert. Hier. So. Zack, zack. Lalalalalalalalalalalala. So, Moment. Dat muss weg. Dat muss weg. Haben wir noch Zaun? Natürlich nicht. Und es wird auch schon wieder dunkel. Ach, verdammt. Äh. Komm. Ich will das jetzt endlich fertig kriegen, dass wir schnell in die Höhle reinkommen. Deshalb machen wir das mal so. Ganz kurz. Nur für die eine Sequenz jetzt hier noch. So. Dann springe ich sogar mal ganz schnell hier runter. Um was zu holen. Ach, Zaun. Genau. Zaun, Zaun, Zaun. Zaun, Zaun, Zaun. Zaun, 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 Zaun. Äh. So. Stöcke. Ach ja. Das zieht sich gerade. Ich weiß. So, gucken wir mal. Jetzt haben wir hier zwei. Steck mal vier. Langt vier. Machen wir mal sechs. Man weiß ja nie, ne? So. Und dann da hoch. Hoch. Ach, schön. Jetzt haben wir hier so einen schönen Dachstuhl. Aber die Fackeln da unten sind unnötig. Beide. 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 Lalalalalalalalalala. So. Dachstuhl. Dachstuhl. Und Kran. Langt natürlich nicht, was ich da ausgerechnet habe. Verdammt. Ach, du bist ne Lusche. Ne ganz große Lusche, kann ich jetzt schon sagen. So. Braucht man nochmal ein paar Treppe hier, Zäunchen. So. Äh. So. 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 Ich verspreche es euch. Wir gehen bald in die Höhle. Ich will euch nicht so langweilen. Und wieder hoch. Aber ich will das hier jetzt auch fertig kriegen. Ich habe da so Bilder in meinem Kopf. Und die stimmen nicht mit dem Let's Play überein. Und das bereitet mir Kopfschmerzen. Da werde ich wahnsinnig. So. Warte mal. Jetzt muss ich noch was machen. Ah. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Du 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 du. Ja, 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 ja. Oh, oh. Das war nix. What? So. Jeder Kran hat auch Blinkelichter vorne dran. So. Komme ich denn da aufs Dach? So. Jetzt bauen wir uns hier alles zu. Äh. Kann ich denn hier? Nee. Da brauche ich noch. Davon. Ach. Wir haben ja. Zum Glück habe ich ja die Taschen. Äh. Ich meine. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und äh. Da habe ich hier schon mal einiges in die Taschen eingepackt. Und deshalb. Äh. Geht das hier heute alles so reibungslos. Verdammt. Äh. So. Und deshalb geht das hier heute alles so reibungslos. Weil ich eben ein GoPro... Äh. Ein... 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 Pro-Gamer wollte ich eigentlich sagen. Äh. Wo war denn hier jetzt die Mitte? 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 Wir zählen einfach. Warte mal. Hier könnte doch die... Hä? Ja. Hier könnte die Mitte sein, ne? Hm. So. extra mehr Werkzeug mitgenommen. Weil ich wusste, dass das heute etwas tricky wird. So. Weg mit dem Schmodder. So, jetzt hauen wir die Scheiße hier auch weg. Braucht ja keinen Mensch mehr jetzt. Huch. Äh, wo sind die Tasten? Wo sind die Tasten? Ah, wie. SD, da. Wie gesagt, ich bin ein bisschen, äh, heute ist ja Wahnsinn, als irgendwie, äh, so. Ich sollte mich einschläfern lassen. La, 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 la. So. Und jetzt nehmen wir das da. Und dann könnten wir doch rein theopraktisch gesehen hier so einen schönen Balkon drauf machen. Aber der würde ja eher... Auch mal weg, auch mal weg, auch mal weg. Dann brauchen wir das da. Heute haben wir einiges vor hier. Aha. Mhm. Sehr schön. Äh. So. So. Zack. 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 Und hier werden dann quasi die, äh, die, die Dinger für die obere Etage dann abgeladen, ne? So. Ja, was hab ich denn da gemacht? Das sollte eigentlich da so hin. Brauchen wir natürlich, äh, dann rechts und links noch ein Zäunchen. Und dann werden die hier so, kommen die hier so rein. So, und jetzt machen wir da noch, äh, Momentchen. Dat dat alles ein bisschen... Ach, kack ich die Wand an! Dat das alles noch ein bisschen stabiler rüberkommt, kommt hier nochmal eine schöne Steinverkleidung hin. So. Ah, 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 ah. Ja, und dann haben wir hier schon mal unser Dingenskirchens. Da müssen wir jetzt bloß noch, äh, ja, lassen wir das offen, oder wat? Da kommt halt mal ab und zu mal ein Spinnchen rein, oder so, ich weiß nicht. Aber eigentlich dürfte nichts reinkommen. So, und dann haben wir hier unseren schönen Kran! Finde ich gar nicht so schlecht, wie das jetzt ist. Kann ich denn jetzt von da auch, ohne mich da jetzt so kompliziert hochbauen zu müssen, muss ich das nochmal abholzen hier? So. Ja, es langt. So. Nein! Komm schon, komm schon! Komm schon! Verdammt! Ah, okay. Nein! Ah, du machst mich wahnsinnig. So. So, da drüben auch nochmal. Na toll. Fällt natürlich alles runter. Alles fällt runter. So, abholzen können wir es, aber, äh, dran machen können wir dann nix. Super. So, jetzt machen wir hier wenigstens noch und, äh, da wenigstens noch. Huch, was ist mit dir nicht richtig, ey? Die Minecraft kriegt, äh, Bugs ohne Ende. Naja. Gut, dann sind, äh, zwei Klötzchen wohl weg. Naja, egal. So, jetzt gehen wir, äh, eigentlich mal so ans Werk da unten, holen uns die Sachen und dann haben wir es auch fast. So. Ähm. Her damit, her damit, her damit, her damit, her damit, her damit. So, dann wird das hier ein Stück. Ist doch toll. Schön. Mir gefällt's. Äh, bis auf die zwei Löcher da. Die können wir aber jetzt von hier stopfen. So. Ah, 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 ah. Und, äh, da auch so. Moment. Jawohl. Und mir gefällt's. Wie gesagt, nach wie vor gefällt's mir sehr gut. Und hier hab ich nämlich dann vor. Da gehen wir jetzt dann noch ein bisschen raus. Moment. Äh. Ich weiß noch gar nicht, wie weit. Wie weit, wie weit, wie weit wirst du gehen? So, sagen wir mal bis hier erst mal. Zweifel. Vielleicht, ich glaub zwei könnten lang. So. Das führt sich ja dann um den Hafen fort. Und dann kommt hier irgendwo eine kleine Treppe runter. Und dann machen wir hier mal den Schmotter weg. Oh. Schmotter weg ist gut. Das, äh, wie war das denn? Auf welcher Höhe ist das hier? Auf das da? So. Muss ich mal auffüllen, ja? So. Dann würde ich nämlich ganz raffiniert, jetzt, ähm. Moment. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Huch. Zu viel Sand weggemacht. So. Und dann würde ich nämlich, äh, jetzt brauche ich noch, ähm, Dingens Kieschens. Äh, hier von diesen, hab ich Cobblestone. Ne, wir müssten mal ganz schnell hier ein bisschen Cobblestone abbauen. Hm. Ahem. Muss ja eh alles aus Erde werden, hier noch. Huch. Verdammt. Ach, Mist. Das wollte ich nicht. Ich bin Batman. So. Jetzt haben wir genug Cobblestone. So. So. Sorry. Konnte jetzt nicht unterdrücken. Äh, jetzt, wie war das? Äh. Wie war das? Naja, so war das. Ich bin Batman. Äh, so, so. Huch. Zwölf Stück dürften erstmal langen. Für unser kleines Vorhaben. Her damit. So. Na, Schweini. So. So, dann müssen wir da unten noch einen Coplay-Stone setzen, als Fundament sozusagen. Das können wir mal machen. Wir haben zwei da so und dann können wir den mal da so zack zack. Und dann eins, zwei, zack, zack. Eins, zwei, zack, zack, eins.